Und genau aus den genannten Gründen ist die Wahrscheinlichkeit nun extrem gering, dass wir Bitcoin-seitig nochmal auf unter 50.000 US-Dollar fallen werden. Und damit starten wir direkt rein ins Video und gucken uns als allererstes mal die aktuelle Marktsituation an. Als allererstes fällt uns auf, dass die globale Marktkapitalisierung wieder auf einen Wert von 2,61 Billionen US-Dollar angestiegen ist, ein Plus von 2,28 Prozent, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bitcoin-seitig, wie schon in den letzten Videos immer mal wieder angekündigt, sieht es auch wieder ziemlich in Ordnung aus. Mittlerweile sprechen wir von einem Preis von 69.500 US-Dollar und wir sprechen von einem Plus von ungefähr 2 Prozent in den letzten 24 Stunden. Und das Bild sehen wir natürlich auch bei vielen verschiedenen Altcoins. Deswegen sollten wir unbedingt mal über die wichtigsten Ereignisse und selbstverständlich über die Perspektive bezüglich Bitcoin in der nächsten Zeit sprechen. Ich habe auch heute Morgen wieder einen Beitrag veröffentlicht auf X, den wir uns einmal gemeinsam angucken werden. Falls du dir den unabhängig von den Videos angucken möchtest, dann check X gerne mal aus. Den Beitrag bekommst du nämlich jeden Morgen. Und auch hier habe ich aufgeschlüsselt, was für einen Anstieg wir so in der letzten Zeit, in den letzten Stunden so hingelegt haben. Und das vor allem ohne die Bitcoin-Spotty-TFs. Außerdem haben wir eben auch mitverfolgen dürfen, dass sehr, sehr viele Investoren sich dazu entschieden haben, nun also Bitcoin-Bestände aufzubauen. Über diese Akkumulationsrate haben wir auch in den letzten Tagen gesprochen. Und hier ist eindeutig erkennbar, dass mittlerweile, vor allem in der letzten Zeit, 1,867 Millionen BTC oder 9,5% der Gesamtsupply bei einem Preis von über 60.000 US-Dollar eingekauft worden sind. Das ist eine ziemlich verrückte Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Und dieser Wert wird natürlich auch sukzessive ansteigen, umso länger wir über dem Wert von über 60.000 US-Dollar unterwegs sind. Es zeigt eben für mich eben auch wieder ganz klar, dass wir super viele Investoren haben, die ein riesiges Interesse an Bitcoin haben und die eben auch dazu bereit sind, so hohe Preise zu bezahlen, weil sie davon ausgehen, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Sicherlich gehen damit auch Gefahren einher, die darf man natürlich nicht vergessen. Was wir außerdem sehen, sind vor allem die Bitcoin-Spotty-TF-Daten, die durchaus interessant sind. Alleine in der letzten Woche sind wir wieder auf einen Wert von 7.376 BTC gekommen, die also auch abzüglich der Grayscale-Outflows immer noch sehr, sehr bullisch sind. Wir haben seit dem Start der Produkte nur zwei Wochen gehabt, an denen wir wirklich massive Ausfluss zu verzeichnen hatten. Das Bild ist also weiterhin extrem bullisch. Und vor allem sollten wir diese wöchentliche Zahl, die an Akkumulation eben über die Bühne geht, auch nochmal mit den Minern vergleichen, also mit den Bitcoin-Beständen, die in demselben Zeitraum gemeint werden können. Und wir sprechen hier in fünf Tagen lediglich von 4.500 BTC. Also auch das ist wieder ein ganz klarer Indikator dafür, dass der Supply-Schock über kurz oder lang vor uns stehen wird. Und das wird natürlich extreme Auswirkungen auf den gesamten Markt haben. An der Stelle wäre es übrigens total wunderbar, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst und direkt mal den Kanal abonnierst. Du bekommst dir wirklich täglich neue Bitcoin-Informationen in Form dieser Videos, damit du also weniger recherchieren musst. Herzlichen Dank für deinen Support. Und in dem Atemzug habe ich mir natürlich aber auch die Frage gestellt, wie haben so Bitcoin-Wahle in den letzten Monaten, vor allem aber nach der Genehmigung der Bitcoin-Spot ETFs, reagiert? Wie sah da eigentlich die Akkumulationsrate aus? Und hier liegen uns glücklicherweise Daten von Sentiment vor, um das besser einordnen zu können. Und wir sehen es hier gerade schon, die Adressen mit mehr als 1.000 BTC sind also von insgesamt 1.800 Wallets mittlerweile auf über 2.000 Wallets angestiegen. Das ist ein massiver Anstieg innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Und trotz des leichten Bitcoin-Preisrückgangs blieb die Gesamtanzahl dieser Adressen weiterhin hoch. Und wir sprechen eben auch von einem gehaltenen Guthaben in Anführungsstrichen von 220.000 BTC. Das sind rund 14 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt also wieder mal ganz klar, dass Wahle aktiv akkumulieren, weitere Bestände aufbauen, weil sie daran glauben, dass Bitcoin in Zukunft weiter ansteigen wird. Wir haben natürlich wichtige Events, die noch vor der Tür stehen werden, wie zum Beispiel das Harving, zinspolitische Entscheidungen und Co., die das Ganze nochmal begünstigen. Und trotz des temporären Preisrückgangs der letzten Wochen haben wir eben auch ganz klare Daten, die aufzeigen, dass wir hier einen extrem hohen Wert haben, wenn es darum geht, ob die Bitcoin-Wahle aktuell im Gewinn sind. Wenn wir uns nämlich den MVRV angucken, dann sehen wir nämlich, dass der Großteil der Wahle weiterhin im Gewinnbereich unterwegs sind. Und vor allem, und das ist eben auch super spannend, sich weniger dazu entscheiden, Bitcoin-Bestände abzustoßen. In dem Moment, wo wir eine volatilere Phase haben und mehr Schwankungen am Markt erleben, sind die Wahle zur Stelle und nehmen eben die Bitcoin-Bestände von zum Beispiel kurzfristigen Investoren ab, die sich eben aufgrund von emotionalen Entscheidungen dazu hinreißen lassen, ihre Bitcoin-Bestände vorschnell abzustoßen. Das ist eine richtig verrückte Nummer und spricht natürlich dafür, dass wir einen super starken und nachhaltigen Markt haben mit einem unglaublich soliden Fundament. Und auf dem können wir natürlich auch bauen. An der Stelle sollten wir uns aber noch mal über eine Analyse unterhalten von Dylan LeClaire. Er ist nämlich ein Analyst, der auf Axe immer wieder verschiedene Prognosen veröffentlicht. Und er geht davon aus, dass wir in der nächsten Zeit erst einmal nicht auf einen Wert von unter 50.000 US-Dollar fallen werden. Das ist besonders interessant, wenn man sich mal anguckt, was gerade so vor uns steht. Er hat dazu nämlich auch einmal den Druck aufgeschlüsselt, den wir bekommen werden, beziehungsweise den vor allem in dem Fall Trader bekommen werden, die hier Short-Positionen aufgebaut haben, ab einem Bereich zwischen 70.000 und 75.000 US-Dollar. Wenn wir nämlich in diesen Bereich kommen, also zum Beispiel die 70.000 US-Dollar überwinden, haben wir schon automatisch Liquidierungen im Bereich von 174 Millionen US-Dollar. Bei 75.000 Dollar Bitcoin-seitig sprechen wir dann von 830 Millionen US-Dollar. Und das würde uns natürlich auch automatisch in verschiedene höhere Segmente eben schießen und uns auf der anderen Seite natürlich auch eine wichtige Unterstützungsebene mit einbauen, wodurch ein weiterer Abfall eher unrealistisch ist. Und er schlüsselt eben auch in diesem Beitrag mit auf, dass quasi als kurze Zusammenfassung, dass er diesen Rückgang von 27% bis auf einen Preis von 50.000 US-Dollar für unwahrscheinlich hält, vor allem aufgrund der jüngsten Preisentwicklung und vor allem auch der zunehmenden Unterstützungsniveaus. Er erwähnte eben in dem Atemzug natürlich auch gerade das Thema BlackRock und die autorisierten Partner bzw. Teilnehmer, die sie nun hinzugefügt haben. Sie haben ja, und das habe ich gestern noch einmal mit aufgeschlüsselt, fünf weitere große Wall-Street-Firmen als autorisierte Teilnehmer freigeschaltet. Auch damit werden natürlich automatisch neue Türen geöffnet. Wir haben potenziell weitere Investoren, die in den Markt eben vordringen können, weil durch diese großen Companies selbstverständlich eben auch neue Möglichkeiten automatisch entstehen. Und natürlich gibt es dann noch so Themen wie das Harbing, was natürlich auch langfristig Auswirkungen haben wird. Und wie gerade auch schon erwähnt, haben wir natürlich auch zinspolitische Entscheidungen, die noch vorenstehen werden, die auch einen positiven Einfluss haben werden. Und natürlich auch die Umlaufmenge bzw. die Geldmengeausweitung, die schreitet kontinuierlich voran. Alles Themen, die sich letztendlich positiv auf Bitcoin und Co. auswirken können. Zusammenfassend kann man wohl aktuell sagen, dass wir ohne das Zutun der Institutionen einen wunderbaren Anstieg bis auf 69.500 US-Dollar zurückgelegt haben. Wir konnten eben auch beobachten, dass über 9,5% der gesamten Supply-Bitcoin-seitig mittlerweile bei über 60.000 US-Dollar pro Bitcoin eingekauft haben, was natürlich eine ziemlich spannende Thematik ist. Wir haben auch mitbekommen, dass Bitcoin-Wale massivst akkumulieren und das eben auch gerade mit dem Start der Bitcoin-Spot ETFs noch mal deutlich aktiver machen. Und dass die meisten Wale außerdem im Gewinnbereich unterwegs sind und sich dennoch nicht dazu entscheiden, Bitcoin-Bestände abzustoßen. Und wir haben uns auch die Aussagen von Dylan Leclerc angeguckt, der davon ausgeht, dass wir in der nächsten Zeit erst einmal nicht mehr unter 50.000 US-Dollar fallen werden. Wenn du mich übrigens unterstützen möchtest für meine tägliche Arbeit, dann schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Hier findest du die angesprochene Seite, die ich auf X habe. Dort kannst du gerne mal vorbeischauen und gerne auch einen Follow da lassen. Und natürlich auch Telegram, falls du irgendwelche Kryptofragen haben solltest oder einfach an einem Austausch interessiert sein solltest. Denn schau dort gerne mal vorbei. Ist kostenlos mit über 410 aktiven Usern, die sich tagtäglich zu allen möglichen Themen austauschen. An der Stelle hoffe ich aber natürlich auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich. Ich hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.